Alter, ist das B.S. Wo ich eigentlich gar nicht unbedingt weitermache. Ich tut mir nix. Achso, bei dir geht der von der Lore? Ja. B.S. Viel Spaß dabei. Ganz durft. Ja. In der Kopf, wir dürfen nicht verlieren. Wir dürfen nicht verlieren. Nee. Ich glaub nicht, dass das vorbei wird. Ich habe einen Schuss. Bitte sieh' da. Bitte sieh' da. Bitte sieh' da. Bitte sieh' da. Nein, sieh' da. Ich kann nicht spielen. Nein, sieh' da. Ich kann nicht spielen. Ich glaub' bei mir ist die Leitung Quatsch hängen abgehen. Achso. Dann bitte ich hab' gerade. Ich hab' jetzt auch. Wenn ich jetzt ausgeschmissen werde. Achso. Ernsthaft. Dann muss ich dir echt nur die Hand geben. Naja. Damit muss wohl ins Leben. Alter. Schlimm ist es besser. Ich glaub' ich hab' die Internetleitung gekracht grad zusammen. Bitte? Du reagierst schon wieder nicht. Äh, was? Bei mir ist schon wieder schon ein Bild. Ah, jetzt geh's ja. Komisch. Wir haben eine Knacksie in der Leitung gebracht. Komisch, komisch. Alter Nacke, komm, Alter. Boah, du bist ein Arsch. Alter, ist das arschig. Bin nehm. Ah, bug' dich, rrrrrrrrrr. F*** dich, rrrrrr. Oh, ich komm' zu dir. Oh, du komm' dich durch ins Knie. Oh, du komm' dich durchs Knie. Linda, wir müssen sprechen. Alex, warum nicht du raus und spielen? Okay, willst du spielen? Nicht jetzt, Baby. Wir müssen sprechen. Okay. Es geht um Leo. Was ist das? Ich nehme es dir in den Augen. Ich nehme es dir. Ich nehme esiacionee. Man muss jemanden. Ich nehme es. Ich nehme es auf. Go! Ich meine, was hast du jetzt erwartet? Mom? Mom! Ich bin jetzt in ein leeres Zuhause gekommen. Mom? Hey Carol. Hier. Pff, ernsthaft, das kommt da noch mit dem Briefschnee. Was ist das? Das ist meine Resignation vom Büro. Carol. It's over, Carol. I'm out. Please, just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alter Schwede! Wieder was? Alter Schwede! Ich glaube, es wäre generell nicht gut ausgegangen. Ich glaube, wenn es anders ausgegangen wäre, wäre es als Leo nicht weggekommen mehr. Ja, gar nicht. Ich glaube, der Leo wäre dann mal gestorben. Ja, entweder das oder zumindest das halt wieder am Häfen. Aber für eine ganz schön lange Zeit. Wenn man das andere Ende auch sehen will, würde ich raten, braucht es das Spiel. Auf jeden Fall. Es ist richtig geil, aber am Ende war es halt echt... War einfach nur der Bässe. Das war so ein richtiger Kloß im Hals. Ja, vor allem so richtig arschig. War einfach... Spielst du das ganze Spiel gemeinsam auf das scheiß Ziel hin und was kommt am Schluss raus? Wirklich grausig Bässe war. Am Ende. Wir haben uns gegenseitig geschossen. Okay, ich wollte ihn generell nicht so viel treffen, weil ich gedacht habe, es wird besser. Es wird besser. Du hast mir so eine Kanne gegeben. Ja. Und dann war so mein innerer Ehrgeiz geweckt, dass ich hinkomme. Ja. Dann habe ich halt von X gespamed. Und dann habe ich gedacht, nein, ich habe es aber nicht verdient, dass ich gewinne. Und habe aufgehört und habe trotzdem wohne. Ich habe nichts getan. Ich habe das letzte Viertel nicht gedrückt. Und bin immer da gestanden. Und der ist trotzdem eine Weile hingegangen. Ich habe beim letzten Viertel auch gezögert, ob ich jetzt noch weiter drücken soll. Weil ich habe mir gedacht... Wie arschig, dass die echt mit dir spielen. Dass du den Ehrgeiz... Die haben das so lange ausgezögert, dass sogar der unterlegene Spieler nachher nur den Ehrgeiz kriegt. Und es wäre scheißegal gewesen, wie weit du mich oben geschossen hättest. Ich hätte bis zum Schluss die Chance gehabt, dass ich ohne hätte. Vor allem, du hättest da endlich nur einen One-Hit braucht. Mit der Faust alleine schonmal, weißt du, Mann? Ja. Das war echt böse. Ich habe auch den Ehrgeiz kurz gehabt und habe viel reingehaut. Und dann haben wir gedacht, nein komm, das letzte Viertel scheiß drauf. Er war besser. Ist aber. Ist ja so. Du hast besser geschossen, wie... Du hast klar bessere verdient gewonnen jetzt. Dann habe ich aufgehört und auf einmal, ich hatte ja voll dieser Unfall rausgegeben. Kommt halt vor. Ja. 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 Ja jetzt mal schauen was sie so bringen. Wenn so was nachkommt. Wenn sowas nachkommt, weiß ich nicht, ist halt auch schick. Naja, auf jeden Fall, ich sage mal, tschüss, baba und peace out.